Willkommen zum zweiten Teil der dreiteiligen Videoserie der Schnittstelle MagnaLista, die deinen Online-Shop mit den großen Marktplätzen verbindet, um höhere Reichweite und mehr Umsatz zu erzielen. Dieses Video setzt jedoch voraus, dass du das erste Video gesehen hast, denn hier behandeln wir die Vorteile von der Schnittstelle MagnaLista und auch erfährst du, ob dein Online-Shop mit der Schnittstelle kompatibel ist. Die Installation der Software sowie die Grundeinstellungen werden in diesem Video auch behandelt. In diesem Video widmen wir uns der Konfiguration der einzelnen Marktplätze, insbesondere gehen wir hier auf den Marktplatz eBay genauer ein. Wenn du nun der Anleitung im ersten Video gefolgt bist, dann hast du die Schnittstelle MagnaLista nun installiert und die Grundeinstellungen festgelegt. Wir werden es weiterhin anhand des Shopware 6 Shops konfigurieren und alle Einstellungen festlegen, alle Informationen zu MagnaLista, aber auch rund ums Video, findest du unten in der Videobeschreibung. Ich werde dir ab und zu auch oben in der Infobox ein Video dazu packen, die zu diesem Videoinhalt passt. Falls du generell Interesse hast an dem Thema E-Commerce und Marktplätze wie Amazon und eBay, abonnier gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich werde in diesem Video Timesteps einbauen, sodass du weiterspulen kannst, falls dir irgendwas unklar ist und du gewisse Einstellungen speziell für dich nochmal anschauen möchtest. So, nun können wir beginnen und zwar, wenn ihr das Tool richtig installiert habt, findet ihr das unter Marketing und MagnaLista. Hier seht ihr mal die Übersicht des Dashboards von der Schnittstelle. Wir haben hier die Marktplätze, soweit schon im letzten Video gezeigt. Dann haben wir hier die globalen Konfigurationen, die wir bereits im letzten Video festgelegt haben. Wir können uns Statistiken einblenden von den einzelnen Marktplätzen und wir haben den Reiter Hilfe. Denn falls du mit irgendeiner Einstellung oder Konfiguration nicht weiterkommst oder Probleme auftreten während der Synchronisationsprozesse oder anderes, dann kannst du selbstverständlich hier die Kommentarfunktion nutzen dafür. Ich helfe dir, soweit ich kann. Ansonsten gibt es hier einen ausgezeichneten Support von MagnaLista, von dem ich wirklich nur Positives berichten kann. Die helfen einem wirklich schnell. Es ist telefonisch möglich zu kontaktieren. Per Mail, per FAQ-Seiten sind sehr umfangreich dargestellt, um hier auch Fehlercodes zu finden und Schritt für Schritt die Anleitungen und Fehler zu beheben. Und wenn da gar nichts hilft, dann gibt es die Möglichkeit, hier auch eine Bildschirmsitzung zu aktivieren. Dann hilft dir der Mitarbeiter direkt an deinem Bildschirm. So, heute wollen wir uns den Marktplatz Ebay mal genau anschauen. Und dazu klicken wir auf den Marktplatz Ebay. Denn hier müssen wir die Haupt- und Grundkonfiguration festlegen, bevor wir Produkte überhaupt vorbereiten und hochladen können auf den Marktplatz. Und die ersten Einstellungen, die zu treffen sind, sind natürlich die Zugangsdaten. MagnaLista muss eine Verbindung zu deinem Verkäuferkonto bei Ebay herstellen. Und dazu benötigt MagnaLista selbstverständlich gewisse Informationen und Schlüssel. Hier geht es in erster Linie um den Mitgliedsnamen. Dieser muss hier genau so hinterlegt werden, wie auch bei dir im Profil. Des Weiteren, ganz wichtig, Token beantragen. Wenn du hier drauf klickst, achte darauf, dass hier ein Pop-up-Fenster sich nicht blockiert, sondern weitergeleitet wird. Und dann kannst du über deinen Ebay-Account dich einloggen und dann den Token beantragen, beziehungsweise die Berechtigung beantragen. Das ist quasi wie ein Schlüssel, den du freigibst, um hier eine reibungslose Verbindung, Synchronisation herzustellen. Dieser ist meistens über ein Jahr gültig, wie du siehst, in meinem Fall, bis Ende nächsten Jahres 2025. Somit hast du da keine Probleme mehr. Falls dieser mal abläuft, wirst du vorzeitig benachrichtigt. Dann haben wir hier die Sprache, die wir festlegen sollen, beziehungsweise das Land, auf welchem Ebay-Kanal wir verkaufen, in dem Falle Deutschland und die Währung Euro. Bei der Konfiguration gibt es natürlich auch optionale Einstellungen, die du treffen kannst. Hier zum Beispiel kannst du deinem Tab, also dem Reiter hier oben, einen separaten Namen geben und der heißt dann nicht Ebay, sondern anderweitig, falls du das so wünschst. Auch in den weiteren Konfigurationen gibt es immer mal optionale Dinge, die werde ich natürlich ansprechen. Dann klicken wir auf Weiter zur Artikelvorbereitung. Bei der Artikelvorbereitung wird als erstes der Standort des Artikels festgelegt, so dass der Kunde sieht, wo befindet sich der Artikel, von wo wird dieser versendet. Und hier gebt ihr eure Postleitzahl, den Ort und das Land ein. Als nächstes haben wir die Möglichkeit, die Artikelvorbereitung durchzuführen. Hier haben wir den Suchfilter, das ist bei der Artikelvorbereitung, wenn wir Produkte online stellen möchten, können wir uns nur aktive Produkte anzeigen lassen oder nicht. Also ich würde diesen Haken nicht unbedingt setzen. So habt ihr dann alle Produkte, die in eurem Shop verfügbar sind, werden dann angezeigt, auch wenn diese vielleicht nicht aktiv sind. Vielleicht möchtet ihr ja nur Produkte auf dem Marktplatz anbieten und im Shop selbst eventuell nicht. Als nächstes eine wichtige Einstellung und zwar der Mehrwertsteuersatz. Hier legt ihr den Mehrwertsteuersatz, den gängigen Standard-Mehrwertsteuersatz von 19% in dem Fall in Deutschland ein. Solltet ihr zum Beispiel die Kleinunternehmerregelung anwenden, dann solltet ihr hier natürlich keinen Mehrwertsteuersatz anwenden. Und zwar würde das dann hier auf Null stehen. Des Weiteren könnt ihr hier inklusive Mehrwertsteuer immer anzeigen. Das bedeutet, unter den Produkten steht das Ganze dann. Würde ich anhaken auf jeden Fall. Des Weiteren, Artikelzustand. Wählt ihr den Zustand eurer Produkte aus. Die Sprache, selbstverständlich. Kommen wir nun zu der Einstellung der Festpreislistings. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Stückzahl anzugeben, die ihr vom Shop an den Marktplatz übermitteln wollt. Ihr könnt selbstverständlich den Lagerbestand 1 zu 1 übergeben. Oder ihr könnt sagen, ich möchte einen kleinen Puffer haben, so dass nicht alle Produkte immer und der ganze Lagerbestand an den Marktplatz übermittelt wird. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, ich möchte hier einen Abzugswert wählen. Wenn ihr 10 Produkte im Shop verfügbar habt, dann möchte ich, dass er 5 Stück abzieht. Des Weiteren habt ihr auch die Möglichkeit, eine Begrenzung festzulegen. Ihr habt zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Lagerbeständen im Shop und sagt, aber ich möchte immer nur generell 5 Produkte auf den Marktplatz übermitteln, so dass ich auch hier einen gewissen Puffer habe, falls ich im Shop mehr verkaufe oder auf anderen Marktplätzen. So, dann müsstet ihr natürlich das hier setzen und könnt sagen, 5 Stück sollen als Begrenzung gelten. Dann kommen wir zu der Dauer der Listings. Hier könnt ihr festlegen, soll es ein unbegrenztes Listing sein, ist auch im Moment die einzige Option. Diese können sich übrigens ändern. Falls ihr dann bei eBay andere Konfigurationen festlegt, werden diese auch im Nachhinein als Option zur Verfügung stehen, denn die Konfiguration für den Marktplatz könnt ihr auch im Nachhinein bearbeiten. Auch habt ihr die Möglichkeit, hier eBay Plus anzubieten. Darüber habe ich bereits ein umfangreiches Video gemacht. Schaust dir gerne oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung an, wie du Artikel auch als eBay Plus anbieten kannst. Einstellungen für Steigerungsauktionen. Auch hier hast du die Möglichkeit, verschiedene Stückzahlen anzugeben. In der Regel beträgt das immer nur eins, aber auch die Dauer der Auktion pflegst du hier quasi fest. Du kannst das Ganze auf sieben Tage bis zehn Tage wählen. Einstellungen für Bilder. Hier hast du die Möglichkeit, die Formate festzulegen. eBay möchte mindestens 500 Pixel haben. Du kannst das Ganze hier bis auf 1500 Pixel übertragen, falls deine Bilder natürlich auch diese Größe haben. Galeriebilder. Wir können hier Standard wählen. Wir können auch keine Bilder übertragen, was ich natürlich nicht empfehle. Standardbilder, da wird immer ein Produktfoto übertragen. Wenn du eBay Plus Galeriebilder nehmen möchtest, dann wird auch hier direkt hingewiesen, dass das mit extra Gebühren mit in Verbindung steht und kostenpflichtig ist. Das siehst du immer hier an dem roten kostenpflichtig. Immer rechts mal schauen. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, die Infoboxen hier sind eine sehr gute Hilfe, falls du mal bei irgendwelchen Einstellungen dir was nicht ganz klar ist, dann gibt es hier eine wirklich ausführliche Erklärung, was genau hier eingestellt werden muss. Ein Bilderpaket kannst du dazu buchen, hier im Tarif Ultimate 2 und Flat 2. Das Ganze kostet einmalig 30 Euro zur Freischaltung und dann werden immer alle Bilder, wenn du zum Beispiel bei einem Produkt fünf Bilder hast, direkt an den Marktplatz übertragen. Ansonsten ist es immer nur ein Bild. Natürlich kannst du die Bilder dann auch bei eBay selbstständig hochladen und diese werden dann übernommen. Einstellung für Zahlungsarten. Seitdem eBay die Zahlungen managt, wird hier auch nur eine Option dargestellt. Zahlungen, die man selbst früher auswählen konnte, sind hier jetzt grau hinterlegt, sowie auch die PayPal-Adresse kannst du hier nicht mehr angeben und auch weitere Angaben zur Abwicklung, zum Beispiel Banküberweisung, ist hier auch nicht mehr verfügbar. Des Weiteren kommen wir zum Versand, auch einer wichtigen Einstellung. Hier hast du die Rahmenbedingungen zum Versand. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wie du Rahmenbedingungen festlegst. Für Versand, für Rücknahmen, findest du auch unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox. Hier haben wir jetzt eine Option stehen mit DHL-Paket 4,99 Euro. Das kannst du natürlich auch kostenlos alles anbieten und festlegen. Im Moment steht diese Option nicht zur Verfügung. Genauso wie auch angesprochen die Rücknahmebedingungen. Auch hier ist im Moment keine Rahmenbedingungen bei mir im Shop festgelegt. Somit ist auch nur eine Auswahl, Standardauswahl getroffen, wo keine Rücknahme akzeptiert wird. Das solltest du natürlich ändern. Findest du auch in dem Video zu den Rahmenbedingungen. Und sonstige Einstellungen, zum Beispiel möchtest du Varianten übermitteln mit Kleidung, zum Beispiel Größen und Farben. Kannst du hier einhaken. Du kannst auch Privatlistings machen für Käufer, die dann nicht ersichtlich sind, wer gekauft hat. Auch das ist kostenpflichtig, beachte. Und nur Geschäftskunden kannst du dir auswählen, dass nur diese bei dir die Artikel kaufen können. Würde ich hier nicht machen. Des Weiteren haben wir hier schon die Voreinstellung für Marken. Welche Marke das ist, wird auch dann anhand der Einstellung übernommen. Das ist quasi wie eine Produktvorbereitung schon. Und hier solltest du bei Marke auch den Hersteller belassen. Daten speichern und zum nächsten Punkt. Als nächsten Punkt kommen wir zu der Preisberechnung. Auch eine sehr wichtige Einstellung. Und zwar erstmal Einstellung für Festpreislistings. Anpassung des Verkaufspreises. Hier kannst du selbstverständlich sagen, ich möchte den Shoppreis auf den Marktplatz übernehmen. Da aber bekanntlich auf den Marktplätzen natürlich Gebühren aufkommen, und das nicht wenig, solltest du hier auch das berücksichtigen, dass du einen kleinen Aufschlag nimmst. Weil du kannst ja im Shop andere Preise haben, als auf den Marktplätzen. Hier kannst du einen fiktiven Wert nehmen. Zum Beispiel zum Shoppreis möchte ich 10 Euro zusätzlich kalkuliert haben. Oder, weil das Ganze ja auch prozentual berechnet ist, kannst du sagen, ich möchte zum Shoppreis 15% dazu kalkulieren. Weil das meistens auch eine krumme Zahl ergibt, haben wir hier die Möglichkeit, auch eine Nachkommastelle zu setzen, damit das für den Kunden auch schöner aussieht und nicht irgendwie komisch. Dann haben wir hier die Möglichkeit, zum Beispiel 90 Cent oder 99 Cent anzugeben. So kommt es immer besser. Dann haben wir die Möglichkeit, einen Verkaufspreis aus Preisregeln festzulegen. Diese kannst du im Shop vorkonfigurieren. Zum Beispiel Kunden aus der USA bekommen einen speziellen Preis angezeigt, als Kunden aus Deutschland. Durchgestrichene Preise kannst du hier auch nochmal eine Regel festlegen. Genauso die gleiche Einstellung auch für Steigerungsoptionen mit der Shopübertragung der Preise, aber auch dem prozentualen Aufschlag für Preise mit Nachkommastellen. Preisberechnung, Preisvorschlag. Möchtest du, dass dir Kunden einen Preisvorschlag senden können, dann setze hier den Haken. Ansonsten haben wir auch die Möglichkeit, hier den Wechselkurs zu nehmen, vielleicht für Kunden aus der USA mit Dollar. Weiter zu Bestellimport. Kommen wir zu dem Bestellimport. Hier habt ihr die Möglichkeit, den Import zu aktivieren. Ihr könnt sagen, ja, dann wird alle Stunde ein Import durchgeführt, der Bestellungen, die auf dem Marktplatz entstanden sind und dann an den Shop übermittelt. Ihr könnt natürlich aber auch einen einmaligen Zeitpunkt festlegen und sagen, ich möchte einmal alle Bestellungen importieren, die bereits im Shop generiert worden sind. Wenn ihr die Schnittstelle zum Beispiel später installiert habt, beachte hier aber, dass es nur einige Wochen zurückliegend sein darf. Das heißt, ihr könnt nicht beliebig aus alten Jahren irgendwie Bestellungen importieren, was man auch nicht machen sollte, denn diese sollten ja irgendwie schon bearbeitet worden sein. Vielleicht nur aus Datengründen. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, den Bestellimport selbst auszulösen. Hier oben rechts auf dem Reiter Bestellungen importieren, könnt ihr maximal viertelstündlich einen Bestellimport durchführen. Dann habt ihr die Möglichkeit, Kundengruppen zu erstellen. Wir haben jetzt Standardkundengruppe. Ihr könnt aber auch sagen, ich möchte eine eBay-Kundengruppe erstellen. So sieht man immer, dass das die Kunden sind, die bei eBay gekauft sind. Bestellstatus im Shop könnt ihr festlegen. Das heißt, wenn eine Bestellung importiert wurde, könnt ihr sagen, möchte ich diese offen haben, möchte ich diese in Bearbeitung haben. In der Regel eignet sich in Bearbeitung. Zahlstatus im Shop, wenn das Produkt bezahlt worden ist, was es in der Regel ist, wenn es importiert wird, dann könnt ihr hier auf Bezahlt klicken. Ansonsten habt ihr auch hier die Möglichkeit, andere Sachen zu wählen. Nur bezahlt markierte Bestellungen importieren. Auch wichtiger Punkt, wenn ihr diesen Haken setzt, werden auch nur bezahlte Bestellungen in das Shop-System von eBay importiert. Bestell Zusammenfassung beenden. In dem Falle ist diese Option auf abgeschlossen festgelegt. Den Verkaufskanal solltet ihr hier wählen. In meinem Fall habe ich nur jetzt einen Shop. Shopware 6 Tutorial-Verkaufskanal zuvor für Zwecken. Ihr könnt selbstverständlich mehrere Verkaufskanäle haben und hier diese festlegen. Versandart der Bestellung. Ihr könnt hier sagen Standard oder automatische Zuordnung, aber ihr könnt auch Express wählen und viele andere, die ihr im Shop vorkonfiguriert. Zahlart der Bestellung, automatische Zuordnung. In der Regel ist hier diese Option am besten. Mehrwertsteuersatz. Auch hier Shop fremde Artikel. Der Mehrwertsteuersatz sollte hier festgelegt werden, denn es kann sein, dass ihr bei eBay zum Beispiel Produkte gelistet habt, die ihr nicht im Shop drin habt. Dann wird der Verkauf und der Bestellimport dennoch durchgeführt und dann weist MagnaLista hier eine spezielle SKU, eine selbst erstellte SKU her, eine Artikelnummer in dem Falle und muss natürlich auch einen Steuersatz festlegen und den solltet ihr hier auf 19% auch setzen. Falls ihr Produkte auch mit geringem Mehrwertsteuersatz anbietet, wie zum Beispiel 7%, dann könnt ihr diese Einstellung auch noch im Shop festlegen. Bestellstatus Synchronisation. Hier habt ihr die Möglichkeit, Bestelländerungen zuzulassen, wenn ein gewisser Status aktiv ist. Diese Option steht aber derzeit nicht zur Verfügung und könnte in Zukunft folgen oder ihr habt hier Einstellungen, die ihr noch im Shop treffen müsst beziehungsweise in den Einstellungen direkt bei eBay. Bestellt, Zahlungsstatus für bezahlte eBay-Einstellungen auch hier, alles grau hinterlegt. Hier könnt ihr erstmal noch nichts ändern, auch Zahlstatusänderungen zulassen, wenn zum Beispiel bezahlt und so weiter. Synchronisation des Bestellstatus vom Shop zu eBay. Das bedeutet, ihr könnt natürlich den Bestellstatus vom Shop an eBay übermitteln, wenn ihr zum Beispiel die Bestellung bearbeitet habt und versendet habt. Dann würde sich der Bestellstatus auch automatisch bei eBay ändern. Dann müsst ihr nicht auf Versenden klicken oder irgendwelche Trackingnummern oder Sendungsnummern hinzufügen. Hier macht das MagnaLista durch die Synchronisation vollautomatisch. In dem Falle würde ich auch hier den Crown-Job, der empfohlen ist, auch wählen. Das bedeutet, er automatisiert das Ganze oder synchronisiert das automatisch mit dem Marktplatz. Versand bestätigen mit, wenn ihr zum Beispiel den Status auf abgeschlossen gesetzt habt, wird dann der Versand bestätigt. Ihr wählt den Spediteur aus, der dann standardmäßig festgelegt ist. und dann wird auch automatisch von dem Versanddienstleister die Sendungsnummer an eBay übermittelt. Versand widerrufen mit, das heißt, wenn ein Kunde mal eine Bestellung widerrufen hat, dann könnt ihr hier den Status in eurem Shop auf abgebrochen stellen als Beispiel und dann wird das Ganze auch als Widerruf auf eBay übermittelt. Weiter zu der Synchronisation. Bei der Synchronisation können wir nun die Synchronisation des Inventars festlegen. Das heißt, wie verhält sich der Lagerbestand, wenn Produkte verkauft worden sind? Auch hier haben wir einmal die Einstellungen für Festpreis-Listings und Einstellungen für Steigerungsoptionen. Diese können wir separat festlegen. In der Regel ist wichtig die Festpreis-Listings. Hier würde ich auch das Ganze über den Crone-Job, der empfohlen ist, laufen lassen. Andere Einstellungen könnt ihr selbstverständlich selbst festlegen. Aber in dem Falle wird dann die Lagerveränderung direkt zum Shop synchronisiert. Aber auch die Lagerveränderung zu eBay wird auch synchronisiert, wenn im Shop ein Lagerbestand sich reduziert. Denn es kann ja sein, dass ja auch über andere Marktplätze eine Reduzierung stattfindet. Die sollte dann auch so schnell wie möglich aktualisiert werden. Auch eine gute Option ist die Nullbestandsynchronisation, die ihr aktiv setzen könnt. Diese ist nur im Flat-Tarif verfügbar und auch einmalig mit 30 Euro Kosten verbunden. Diese nutze ich selbst. Warum macht diese Sinn? Es ist nämlich so, wenn ihr bei eBay Produkte oder vom Shop Produkte an eBay übermittelt, wenn diese einen Nullbestand erreichen, wird das Produkt oder das Angebot bei eBay automatisch beendet und dann müsstet ihr das Produkt neu listen. Diese Option des Nullbestandsynchronisation verhindert das Ganze. Das heißt, wenn euer Produkt mal auf Null fällt, habt ihr immer die Möglichkeit, nach einer Woche oder nach ein paar Tagen den Bestand aufzufüllen und dieser wird automatisch auf eBay auch aufgefüllt. Und das Angebot wird nicht beendet. Denn durch das Beenden des Angebotes wird in der Regel auch das Ranking verloren, die Verkaufszahlen werden verloren, auch Kunden, die sich das als Favorit gespeichert haben oder in die Beobachtungsliste bei eBay gesetzt haben, werden diesen Produkt nicht mehr angezeigt bekommen. Deswegen lohnt sich diese Option definitiv. Auch das Auto-Relisting für Auktionsangebote wäre auch eine Option, die ihr nehmen könnt, aber auch ERN-Nummern, die sich ändern oder Herstellerangaben können hier immer aktiv synchronisiert werden. Diese sind, wie auch hier, immer im Flat-Tarif verfügbar und mit einmaligen Gebühren in Verbindung gestellt. Einstellungen zur Steigerungsoption, im Grunde genommen das Gleiche. Hier würde ich alles auf Empfohlen über den CronJob laufen lassen. Weiter zu den E-Mail-Einstellungen. Bei der Konfiguration der E-Mails an den Käufer habt ihr die Möglichkeit, eine E-Mail zu versenden, wenn ein Kunde bei Ebay bestellt und dann wird über den Shop direkt an die E-Mail-Adresse, die euch Ebay übermittelt, an den Kunden eine Bestätigungs-Mail versendet. Hier solltet ihr aber auf jeden Fall darauf achten, da die Mails mittlerweile auch verschlüsselt von Ebay übermittelt werden sollen und werden, müsst ihr darauf achten, dass ihr hier gewisse Dinge festlegt und keine Werbung macht, weil das könnte auch gegen die Richtlinien von Ebay verstoßen. Somit könnt ihr da Probleme bekommen mit den Richtlinien. Aber dennoch habt ihr die Möglichkeit, das festzulegen. Ihr könnt hier den Namen des Absenders festlegen, zum Beispiel euren Shop-Namen, die E-Mail-Adresse, von welcher E-Mail ihr das versendet möchtet und den Betreff. Diese Platzhalter wie First Name, Last Name sind standardmäßig drin. So wird der Kunde direkt namentlich angeschrieben und dann direkt auch benachricht über den Bestelleingang. Ihr könnt euch auch eine Kopie an den Absender senden, also an euch selbst. So habt ihr direkt den Nachweis, dass eine Mail versendet wurde. In meinem Fall muss ich sagen, habe ich diese Option deaktiviert. Warum? Weil es wirklich öfters dazu kommt, dass es gegen die Richtlinien von Ebay verstößt und ich von Ebay-Seiten immer wieder mal eine Nachricht bekomme, dass hier ein Verstoß stattfindet. Das solltet ihr natürlich für euch einmal prüfen, ob das bei euch auch so ist. Wenn ja, würde ich auch für euch diese Mail-Option oder Konfiguration deaktivieren. Weiter zum Produkt-Template. Bei der Konfiguration des Produkt-Templates habt ihr die Möglichkeit, die Angebotsbeschreibung ansprechend zu gestalten. Darüber habe ich schon mal ein richtig umfangreiches Video gemacht. Ich blende euch hier mal ein paar Vorlagen ein, wie ihr das richtig schön grafisch und auch eindrucksvoll für den Kunden präsentieren könnt in der Angebotsbeschreibung. Sowohl für die Desktop-Ansicht als auch für die mobile Ansicht ist das Ganze dynamisch möglich, so dass der Kunde hier Informationen nachlesen kann und nicht diesen Standardtext bekommt, denn auch hier haben wir Platzhalter, die standardmäßig festgelegt sind. Wir werden hier Bilder festlegen können. Diese sind dementsprechend dann übernommen im Template. Wenn ihr das euch anschauen möchtet, schaut euch das gerne unten in der Videobeschreibung an, wie ihr so ein richtig schönes, ansprechendes Template erstellen könnt, das Ganze hier konfigurieren könnt und dann bei euren Produkten auf dem Marktplatz Ebay in der Beschreibung, in der Angebotsbeschreibung darstellen könnt. Wenn ihr diese Option dann festgelegt habt, klickt ihr auf Weiterstellen und dann sollte alles konfiguriert sein. Wenn du nun die Konfiguration korrekt festgelegt hast und alles fertiggestellt hast, dann erscheint hier der Reiter Produkte vorbereiten. Und dem Thema widmen wir uns im nächsten Video und hier möchte ich dir dann zeigen, wie spielerisch einfach das ist, in wenigen Klicks dein Produkt von deinem Online-Shop über MagnaLista an den Marktplatz zu übermitteln. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat und die ganze Videoserie, dann gib dem Video einen Daumen nach oben. Falls Fragen sind, nutze die Kommentarfunktion. Ich gebe so schnell wie möglich darauf ein. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und viel Spaß. Ciao.